ja herzlich willkommen zurück aufgrund unseres klicklichen scheiterns bei skyblock nun doch skyblock skyblock next generation ja das war ja nicht so pralle mit dem ersten versuch da wir haben es gut geschafft und dann bin ich leider runtergefallen und habe alles verloren also viele wichtige sachen ende vom lied soft blogging für kam nicht mehr weiter okay hier müssen wieder aufpassen hier gibt es wieder hunger das heißt es gibt tatsächlich fast die gleiche quest der gleiche quest so kann ich mal wieder hinpflanzen hier so was haben wir denn bekommen hallo achte okay okay das geht immer noch nicht so pflanzt bitte einen baum dankeschön wir bekommen einen baum ach das war natürlich wieder verkackt so erst mal bitte stöcker so macht das ganze schon mehr sind okay jetzt haben wir eine axt und das können wir uns aus der axt einer axt wachsen ja lol ey der egal ist das denn kann sein dass ich früher doch mit dem anderen server gespielt hatte dieses feature kenne ich gar kann ich jetzt geht es geht es geht wieder okay ich kann ich aber immer nur beim zweiten jahr bauen ja da habe ich früher echt auf dem anderen server gespielt jetzt bekomme ich auch direkt äpfel vor also gesagt der baum bäumt sich selber ab der baum bäumt sich selber ab klaro ronnie you are a fucking genius so diesmal werden wir tatsächlich so machen ich werde schon viel versuche die kisten zu lagern damit wenn wir wieder sterben sollten wir da unten wieder nicht alles wieder verlieren okay wir haben wir haben ach so ja 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 da dann okay wir haben eine goldene hacke bekommen eine silberne leider her dass ich für grafikfehler keine ahnung ob ihr das auch geht aber hier sind sie ganz viel striche sieht mir aus wie fanny grafikfehler okay was man jetzt tun wir sollen lalalala quest im place 50 koppelsdorf auch ja was ist das bitte was geht okay ja gut ich meine ich sehe jetzt gerade alles also der server ist ziemlich probiert kann das sein okay gut wir haben wieder dieses ganze sand gedönst wobei eigentlich nicht eigentlich brauchen wir es nur einmal da kommen her auch mal kurz ich würde liebend gern doch wenigstens eine ebene runter gehen damit wir doch war ich auch nicht gerne eben runter so bei dem letzten blog bei dem letzten gras blog quasi aber aufpassen muss ich erstmal da lassen damit sich das krasse unten weiter verteilt so jetzt haben wir ein bisschen erde und können mit der erde dann koppeln machen ähm so ne halt wie war denn das doch müssen wir hier reintun ne genau dann können wir hier so machen und dann klicken wir genau doch genau koppeln ok wie oft sollen wir pflanzen bauen tun machen wir brauchen sowieso noch ein bisschen mehr ich mache mir jetzt gleich eine cobblestone axt damit wir nicht wieder mit einer holz axt anfangen dann haben wir gleich alles was verbrauchen ja ok da da ja da 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 dam 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 Okay. Jetzt alle schon fleißig abbauen hier. 50 Mal. Und dann im nächsten Level wieder 100 Mal. Warum müssen wir so viel Koppel ab und anbauen? Aha, Gras hat sich verteilt. Okay, dann kann ich den Gras da auch abbauen. Das ist schon mal sehr schick. So, Digga, wir haben einen Corent-Lag von 6,6 Sekunden. Alter. Der Server hängt einfach 7 Sekunden hinterher. Das ist heftig. Das ist nice. Also, ich dachte schon, meine Server sind schlecht. Aber der Server hier, der scheint echt... Alter, guckt euch mal unten die Zeit an. Unten links, äh, rechts. Corent-Lag, 6,3 Sekunden. Heiliger Scheiße, ey. Okay, interessant. Kann ich da jetzt auch nichts führen. So. Not Function. Try to type Home. My Home is... Home Beef. Whatever. Aha, Gras beutet sich weiter aus. Sehr schön. Ah, der Leck breitet sich auch weiter aus. Obwohl, ne, ne, wird weniger. Hier hat nur noch 6 Sekunden den Leck. Nice. Nice. Gefällt mir. Okay. Soll es sich weiter stören? Ich meine, das funktioniert ja soweit. So, wie viel müssen wir noch? Äh, noch 5 Stück. Genau. Okay, also, 1, 2, 3, 4, 5. Hä? Aber dafür, dass wir einen Leck haben für 5 Sekunden, kam die Bildung jetzt gerade relativ schnell. Also irgendwie... Na eben, ja, die jetzt gerade läuft doch fließend. Warum haben wir unten immer noch eine Anzeige gefunden, dass wir mehr als 5 Sekunden Leck haben? Verstehe ich jetzt nicht wirklich, aber okay. Lassen wir einfach mal so offen. So, hier verbrauchen wir insgesamt 20 Stück. Ach, brauchen wir für unsere... Ach, wir brauchen noch viel mehr. Ach Gott. Wir brauchen eine Kiste. Dann brauchen wir... Ah, wir brauchen noch Holz. Wir brauchen nämlich noch Stecker. So, brauchen wir davon eins. Dann können wir hier es überpacken. Dann haben wir das Ding. Dann können wir noch eine Tür machen. Da, 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 da. Dann haben wir eine Tür. Dann machen wir es gleich noch mehr, damit wir gleich hier auch noch schon mal... Die Falttür haben. Wadam. Haben wir noch was aus Holz? Nee, nicht. Okay. Das heißt dann, wir brauchen einmal das, einmal das. So, hier war jetzt wieder das mit dem Fehler, ne? Ach nee, diesmal ohne Fehler. Okay, dann nehmen wir jetzt mal die Kiste auf. Die kommt noch da. So, haben wir gleich drei Sachen mit einmal abgearbeitet. Mann, einfach... Hä? Hallo? Hä? Ähm, okay. What auch immer. So, wir haben das bekommen. Wir haben einmal Sand bekommen. Und wir haben eine Eisenspitze bekommen. Digger, was ist hier gerade los? Liegt der Zimmer jetzt S-Fack, oder was? Digger, was geht? Ah, das sind gerade mal drei Leute. Jetzt ist es gar keiner mehr an. Oh, Mann, ey. Das ist aber heftig. Vielleicht sagt man doch nicht mit dem zum Beispiel, sondern lieber nochmal bei dem anderen versuchen. Also, der hat hier echt mächtig Leck-Probleme. Das möchte ich mal so sagen, wie es ist. Wow, er hat doch nichts angenommen. Digger hat gar nichts mehr gemacht. Was ist denn hier los? Aber es hat doch geblinkt. Hä? Hallo? Ähm, wo sind unsere Belohnungen? Ähm, da ist... Okay. Ja, wurde hier alles eingetragen, aber unsere Belohnungen sind alle weg. Och, nö, alter, ernsthaft jetzt? Obwohl, was soll denn der Scheiß? Was für ein Mist ist das denn jetzt bitte? Ah, wie ist das? Geht das jetzt so? Ja, aber wie gesagt, wir können ja nicht mehr weiter machen. Okay, das war's denn wieder. Wow. Okay, dann wird das uns doch nichts. Dann fangen wir doch immer wieder bei dem anderen an. Skyblock. Äh, woher man ja ist, da. Äh, wow. Also, Skyblock, New Engine. Äh, New Engine, sag ich schon. New Generation ist schon mal ein... Äh, ja, für die Katz. Auch wenn das mit dem Baum abbauen da schön schnell ging gerade. Aber gut, bringt ja nichts. Dann machen wir doch hier weiter. Ach nee, wir müssen ja hier von vorne anfangen. Ach ja, können wir ja gar nicht. Digga, können wir ja hier von vorne anfangen. Soll ich ja mal dich mal abbauen? Äh, confirm, wie es startet. So, jetzt haben wir... Ja, klar, wir starten mal Level 3 wieder. Och man, was ist denn jetzt hier los? Hä, wie ist das denn jetzt hier? Alter, Licht vielleicht gibt es ja auch noch. Hä? Ähm. Ich würde gerne komplett neu starten, wenn das geht. Also, Selbstmord geht nicht. Dingabbauern geht auch nicht. Wie kann man denn komplett neu starten? Also, jetzt wirklich komplett neu starten. Wohl, hier können wir nicht mehr weitermachen. Dafür fehlt uns Wasser. Hallo, wie komme ich denn hier rauf? Ach, gar nicht. Wow. Boah. Restart. You are still the one to restart. You will lose all your items and will have to redo. All of your quests starting from Level 1. Aber ich starte von Level 3. Was soll denn der Mist? Hier, Level 3. Ja, ich glaube mal, wir haben ein Problem. Okay. Der Zimmer geht also auch nicht. Dann gucken wir mal, was es noch so für Skyblock gibt. Also, nicht das, was ich jetzt brauche. Nicht, was ich jetzt machen möchte. Kill all player, sehr klar. Das ist als PvP. Das gibt es doch gar nicht. Ja, gut, was tun wir da jetzt am dümmsten? Wir könnten natürlich versuchen, hier weiterzumachen, weil da können wir uns umbringen, weil wir sind der Level 1. Heißt also, da würde es tatsächlich, ähm... Ja, da würde er uns jetzt mit Level 1 neu starten lassen. Aufgrund dessen, dass er ja alle Items, also die Items, die wir da bekommen haben, jetzt verloren gegangen sind. Was natürlich super schön ist. Ja. Die Sache, die ich herausgenommen habe und die reingepackt hatte, sind alle weg. Oh Gott, Alter. Gut, ich mache was anders. Du wirst erwarten, dann packe ich dicht da rein, dicht da rein, dicht da rein, dicht da rein. Wenn das Spiel sheetet, können wir auch sheeten. So frei nach dem Motto. Okay, jetzt kann ich nicht abbauen. Oh, ich will jetzt den Satya abbauen, damit wir auch schon viel Sand haben. Ach Gottchen, nee, ist das witzig. Gut, also wir werden hier jetzt hier machen und wenn hier immer, äh, also mit dem Server jetzt weitermachen und immer schön drauf achten, dass der Server nicht allzu sehr laggt. Wow. Das ist jetzt gerade bei einer, äh, ja. Also ich wollte, ich will, ich will versterben, aber nicht jetzt gerade, sondern erst gleich. Du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst auch da rein. Alles Rinder. Du kommst auch da rein. So, okay. Und unsere Kiste ist noch da. Sehr schön. Gut. Ach, siehst du, der Ofen ist auch da. Ha, lol. Okay, also jetzt wieder von vorne anfangen, wieder den, äh, direkt abbauen und wieder hinbauen. Okay. So. Und so. Fuck, ich hätte, ach doch, haben wir. Wollte gerade sagen. Da dachte ich, ich war blöd genug, meine Spitzhacke nichts mitzunehmen, aber haben wir doch, ähm, aber keine Step-Lix bekommen? Hä? Was stimmt nicht mit dem Server? Was ist jetzt hier los? Jetzt kriegen wir nicht mal mehr Samen, Alter. Zum Glück haben wir die jetzt nicht hat. Das hätte ich jetzt wieder aufhören können. Wow, es gibt keine Samen mehr. Was ist denn hier los? Ach doch, jetzt haben wir es anbekommen. Alter, also das ist jetzt hier, äh, irgendwie scheint der Server echt ein bisschen nicht so optimal zu sein. Ähm, hallo? Das Schöne ist, wir haben Äpfel, das heißt also, wir haben zumindest Nahrung. Das geht. Ich werde jetzt hier erstmal aufbauen. Ich werde jetzt hier erstmal schön viel, äh, holz anbauen. Geht ja zum Glück relativ schnell. Und das Holz, wenn ich dann immer gleich schön in unsere Kiste packen. Weil, so wie es hier gerade anfängt, ich glaube, wir werden auch häufig neu starten. Okay, das geht nicht. Warum, warum brauche ich hier auch immer Holz hin? Verstehe ich gar nicht. So, ich werde mal eins Deck voll bauen, so, dass wir noch, 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 ne, 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 ne. holz haben geht ergeblicherweise relativ zack zack eigentlich kann man hier nicht angefangen haus zu bauen richtig weil das wäre definitiv die verschwendung von zeit und ressourcen gewesen irgendwie scheint es aber doch nicht so stabil zu laufen weil ich also der der server früher der kami viel stabiler er gut ich meine der der skyblock server der ist auch stabil nur da sind wir halt gestorben leider und sie können unsere will nicht mehr zurücksetzen also ja so gesehen ist ja quasi auch nicht stabil und der hier ist überhaupt nicht stabil ja mal schauen wie wir verkommen vielleicht haben wir es ja zum glück mal ein bisschen für die level wäre auch schon mal was so ok kommt reicht ja nun kommt wir haben ganz viele äpfel das passt alles gut dann jetzt wird die frage wie geht es weiter wir haben cobblestone brauchen wir aber nicht weil wir haben bereits wir können also den ab und wieder hin bau so damit haben wir wieder noch holz hacke holz axt und jetzt müssen wir wieder 50 steine platzieren ein traumjob für jeden bergbauer du kommst nach da so 50 steine also zweimal abbauen und wieder aufbauen na gut das sollte kein problem sein außer wir fliegen wieder wegen timeout raus wir dürften uns nur wahrscheinlich denn neue spitzarke bauen müssen weil ihr glaubt die reich finde ich nicht mehr für 50 teile okay das war's dann jetzt so da bitte dankeschön aber siehst du wieder dieses dieses übelst breite inventar unten mit die 16 felder 1 2 3 4 5 6 7 8 genau 16 felder so jetzt kannst du noch mal hey wie sagen wir nur 21 steine müssten doch 22 steine haben wir hatten 25 und drei haben wir gebraucht macht 22 da der selber gefällt mir vor allem wachen fick ist da bitte passiert ist da jemand lang gelaufen und ist beim laufen sie zieht auch mal gestorben oder was oder ist auch immer gestorben an dem punkt wieder beliebt worden konnte weiter laufen ist er wieder gestorben ist wiederbelebt wieder gelaufen wieder gestorben nach wo der war leider wenn man stirbt landet man ja immer wieder auf seiner insel das heißt also man dürfte nicht weiter kommen in dem sinne sondern man müsste immer genauso weit kommen so jetzt müssen wir noch ein paar mal bauen und dann sind wir fertig noch vier steine das geht ja ach das wow okay deswegen wir haben bei dem einen außer den zwei hinsetzt jetzt machen danke bevor ich hier noch meine kriege krieger so damit haben wir das bekommen ist unnötig ich weiß aber ist halt so so jetzt kommt wieder das wo der abgestürzt ist eine hallo der stürzt ja garantiert wieder ab kann das sein so sagt packen wir rein hängt jetzt schon wieder boah alter definitiv schon wieder ab zu hängen okay wir brauchen place a chest ach so ja okay ja gut wir machen uns mal eine chest wo die ab und können wir nicht weil da sachen drin sind ich könnte die sachen erklärt auch alle in mein inventar ja doch kann ich alle in mein inventar nehmen ist aber super gefährlich wenn es aber jetzt abstürzt und wieder mein ganzes inventar weg ist weg ist aber ich hoffe mal der zimmer ist lieb noch scheint da was zu machen sehr schön okay gesichert ähm belohnung das da so das muss man wieder anbauen ähm wir haben jetzt erstmal glas haben wir hier zwei stück bekommen genau dann brenne ich mal ein bisschen was danke schön okay zweimal glas so wir haben level 2 erreicht weißt du was weil ich gerade die lücke ist packe ich das ding einfach mal instant da rein gleich mal sinnvoll verwendet haha okay ähm ja wir haben jetzt also level 2 erreicht das gibt es relativ fix trotz der probleme ach man alter das Problem gibt es ja also bei dem server auch interessant so hier ist jetzt wieder das mit dem das brauchen wir dann brauchen wir das zeug gedulden dann müssen wir uns hier ein paar leitern bauen so ach siehst du wir brauchen noch ein bisschen holz äh so da muss ein bisschen jetzt wieder solche dinger machen hier so easy du kommst da rein dann können wir hier zaun bauen und dann haben wir alles was wir brauchen du kommst da hin wieso wofür hat wieder hat wieder ach ne ne doch hätten bei dem anderen hat er 5 leitern bekommen oder nicht mir warst du das nicht wie bei dem anderen server 5 leitern bekommen ich kann mich natürlich auch irren ach so ich wüsste dauert ja wieder zu lange dann nehme ich mal meine axt zur hilfe hä wieso haben wir 1 2 3 4 5 6 Digga was ist hier los lol ach du scheiße dazu ist echt ein bisschen buggy oder in der tatsache hat jemand alles das blumenkompott gemacht ok so dann kann der ganze krempel hier wieder rein das haben wir na so ist das konnte ich nicht mehr erklären hier so was haben wir bekommen auch ein bisschen ach komm wieder sind es ein bisschen kack geduld was kein mensch braucht wir haben mittlerweile ein bisschen cobblestone vor allem haben wir jetzt schon viel erde wir können uns also auch cobblestone selber machen ähm wir brauchen gravel wir brauchen gravel extensiv bis 100 dort das können wir sogar tatsächlich selber machen weil wir haben wir hier hoffenweise dort ich werde unser unser island aber nur ein bisschen erweitern wo wir schon immer vor der der block für die 5 wieder verschwinden während wir darauf gerade hier so lang balancieren so ich erweite unser island ein bisschen in ein paar richtungen aber nicht in alle sondern doch also in alle richtungen aber nicht bei allzu viel blöcken sondern nur so bei paar blöcken die restlichen machen wieder wieder indem wir sachen wieder immer auf und wieder abbauen kommen eine reihe mache ich noch ist ja auch echt hier so genau sollte es passen ja perfekt okay haben wir etwas größere fläche jetzt waren wir nicht mehr so schnell runter in hoffnung dass das bringt 52 gut richtig machen wieder hier wird mal so Zum Glück gibt es so einen akustischen Zeichen, wenn wir etwas geschafft haben. Das klingt quasi wie dubstep in meinen Ohren. Und ich habe mich da entschieden, dass wir jetzt hier neu starten mussten, nach der zweiten Folge, werde ich es doch machen mit fünf Folgen wieder. Ja, so dass wir jetzt nochmal drei Folgen hier nochmal den zweiten Versuch haben. Wie gesagt, vielleicht kommen wir ein bisschen weiter, mal gucken. Wir haben Dumilis bekommen, ja, das was wir nicht brauchten, aber trotzdem schadet das nicht. So, als nächstes, ja genau, jetzt kommt das mit dem Cobblestone. Haben wir. Achso, beziehungsweise, wir werden erstmal die hier verbrauchen. Die bekommen dann ja gleich Eisen. Der wieder nachhängt, ey. Das ist schon echt nicht nett. Wie viel Cobblestone? 50, ne? 100. Achja stimmt, wir sind da jetzt schon Level 2. Ja gut, da waren es natürlich 100. Das ist natürlich richtig. Oh, da hat jemand ein Loch in seinen Boden gebaut und ist dann auch gestorben irgendwie. Hä, ja eben, Momentchen mal, wieso sind da überhaupt überall so eine Knochen? Ich dachte, wenn man stirbt, verschwindet das Inventar einfach. Kann ich ja mal gucken, ob unter unserer Insel auch ein Knochen ist. Wer weiß. Wäre natürlich nice. So, jetzt geht's auch ein bisschen schneller zum Glück. Sollte also nicht allzu lange dauern, hier mit dem Hinsetzen der Blöcke. Wobei, allein das Hochbauen ja schon ewig dauert hier. Ach Gottchen. So, uns fehlen mittlerweile schon zweieinhalb Brote. Aha. Gut, ich glaube mal diese Challenge hier mit diesen 100 Cobblestone mach ich noch und dann machen wir aber wieder Aufnahmepause. Schon eine halbe Stunde glaube ich schon noch ran. Keine Ahnung. Ach Gott, was für eine Verschwendung von Werkzeugen. Na gut, wie gesagt, normalerweise ist das wahrscheinlich auch so gedacht, dass man das halt alles inbaut und dann aufbauen stehen lässt. So, jetzt müssen wir gleich Ding nennen. Sagt sich doch. Okay, dann haben wir das auch. Das Gras patscht sich auch schön aus, allerdings kommen keine Pflanzen irgendwie. Nö, kein Knochen bei uns. Oh ja, wer weiß. So, jetzt wird's spannend. Jetzt fängt es nämlich wieder an mit den Ressourcen hier. Ähm, haben wir Cleanstone? Wir müssen... Ja, aber... Ich kann auch mal weiteren Cleanstone in den Ofen hauen. Ich lasse es aber erstmal. Ähm, nein, das brauchen wir. Da, da. Hä? Coalstone? Coalohr? Was für ein Fick ist denn Coalstone? Was kann man denn daraus machen? Ähm, Coal... Coalstone, 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 Coalstone Slapdarm. Was kann man denn daraus machen? Ähm, Coal, Coalstone, Coalstone, Coalstone Slapdarm. Hä? Wir sind um Nil auf Nil? hier ist alles kaputt der ganze zirka ist schrott also schrott im sinne von kaputt also von nicht funktionsfähig war erst verschwindet man einmal kohle und dann noch einmal eisensverschwendung dann wieder schnell zu bekommen das macht doch voll sind diese rezepte entwickelt was soll der ganze misst hier egal lassen wir lassen wir raus wir wollen hier seriously das macht was jetzt brauchen das wäre dann kohle so wieder einmal hier rein beim allerwichtigste ich brauche für den ofenbaum erstmal keine kohle sicher freundlich gerade ach da ok heißt also den ofen werde ich erstmal mit den bäumen stammen heizen davon können wir ja uns relativ leicht wieder relativ viel herstellen daher das baum abhacken relativ easy geht was ist dieser max knopf keine beschreibung ok so das sollte erstmal reichen gut als nächstes haben wir wieder etwas was wir nicht brauchen gut was ist genau fackeln näher bei dieser mache ich nur vier fackeln und selbst wieder zweimal hin weil wir brauchen nicht so viel licht das bisschen recht vollkommen aus nein das bitte nicht dahin sondern da und dankeschön so die fackeln am besten schön mittig hier unser feld also einmal dahin dann dahin dann dahin dann dahin und dann ach nee ich meine dahin oh nee das sieht hässlich aus komm wir machen immer wieder dahin oder hier kommen da wobei wir könnten die auch dahin machen ja doch hier passt es ok ja hier guckt mal hier oben da guckt man hier oben hin meine positions angabe da minus inf wir wurden grad weg geschleudert oder weg teleportiert oder weggeglitscht oder was auch immer ernsthaft jetzt was ist mit dem server los und darauf erst mal kaffee darauf brauche ich erst mal kaffee leute das geht doch nicht aber es ist die gelegenheit der kommen wir machen wir feiern eben halb stunde ist auf jeden fall rum von daher das ist wieder genug aufregung in dem sinne schau mit v oben in dem sommerd ernein ernein